Was ist los, Mann? Alles gut? Hier gibt's ein Missverständnis. Owen Hendricks im Auftrag des Justizchefs. Owen Hendricks! Und Sie dachten, Sie würden hier einfach mal unangemeldet vorbeischauen. Entschuldigung. Hätte ich anrufen sollen? Wie ist dein neuer Job? Hast du neue Freunde gefunden? Ich presse, ich presse nicht. Mr. Hendricks, würden Sie damit aufhören? Ich habe geheime CIA-Dokumente. Sie haben Dokumente? So viele Dokumente. Ich will nicht die Frau sein, die sich Sorgen um dich macht. Aber ich mach mir Sorgen. Oh. Ich dachte, das passiert erst morgen früh. Fahren vorsichtig. Du bist. Hannur Kopfschmer. Ich möj nicht twenties. Du bist. Du bist. Und du kannstalnya. Ich machen uns die Frau. Do bist du nur einумisch. Ich eingehe.